Ja, können wir. Ich werde jetzt sowieso weitergeleitet. Ich auch. Ich habe einfach nur ein Black Screen. Ich auch. Und ein Ladebild. Haben wir nur ein Barney angehört? Ja, jetzt habe ich genommen, jetzt bist du dran. Ich bin dran. Ja. Und was ich nicht will? Dann mache ich jetzt die Intro-Sache. Nein, 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 nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Ich bin euer Tepsi. Wir haben heute Cookie dabei. Hallo. Und wie das aussieht, picken wieder alle nur irgendwelche D-Ds. Was soll das denn heißen? Ich nicht. Seniata macht mehr Damage als die Chante, ne? Hallo, ich bin ein Healer. Willst du mir sagen, ich heal dich nicht? Nein, Seniata ist kein Healer. Hast du recht. Er ist ein paar Ballspieler, ne? You get it? No? Vielleicht bist du so ein Gareth Walker. Sind wir mal ehrlich, du bist so ein Gareth Walker. Hier, guck, siehste. Er braucht auch schon. Nein. Ein was? Wie kannst du nur? Ein Gareth Walker bist du. Weißt du nicht, was das ist? Nee. Das ist ein widerliches Wesen, was am besten kastriert werden sollte und niemals Kinder zeugen sollte. So wie der Chupacabra. Nee, der Chupacabra ist auch ein nettes Kuscheltier. Töte doch noch ein paar Ziegen, was ich auch nicht so ganz... Der schöne Chupacabra. Ja, er sieht sexy aus. Oh, wieder eine May. Oh, das wird spaßig. Geh aus dem Weg, ihr seid zu dick. Ich bret hier durch. Mach doch. Kali. Kali, Kali. Correct. Oh, dashing, girl. Take my hero. Kali. Aua, Aua. Aua, die hat den Nussknacker umgebracht. Der Priester. Ist das etwa... Ich könnte darauf jetzt eine Anspielung machen. Priester, Nussknacker. Priester tötet den Nussknacker. Er hat meine. Oh, Mann, ey. Niemand mag Hanukkah. Hanukkah? Wurde mir letztens gesagt, da stammt hier so ein Chat als Brandon gespielt. Warum? Das machte voll keinen Sinn, weil es in... Nobody laughs on me. Ich glaube, du bist der Erste, der dieses hier Hanukkah in meinen Ohren erwähnt hatte. Nee, du hast mir das so die ganze Zeit immer gegeben. Da weiß ich schon gar nichts mehr von. Du hast echt ein Gedächtnis wie so ein toter Fisch. Hab ich gehört. Los, rein. Geh halt und rein. Ich versuch dich zu healern. Na? Ich bleib mal hier. Nein, Hanso! Hast du wirklich mehr, ey? Deswegen schleulerst du jetzt auch ordentlich gegen die Wand und wird wiedergekillt, ey. Muss man alles selbst machen, ey. Aber du bist noch... Bist keine sechs Jahre oder so alt, oder? Ich wollte noch mal nachfragen, weil der Priester dich nicht mehr tötet. Der Kern geht da in... Wie kostet das auf den Scheiß, ey? Ich weiß ja jetzt nicht, was für eine... Ich spiel jetzt Wingston und... Äh... War es das mit ihr? Ja, war es das mit ihr, ey. Aber ich muss dazu sagen, der Priester mag scheinbar Mönche. Wir haben so eine Differenz, weil ich ein Mönch bin, ein Katholischer und kein... Katholischer... Ah, Widowmaker. Hier ist ein Wingston. Und sie wird gerettet von allen Leuten. Ist das nicht angenehm? Und ich kann niemanden heilen. Überaus angenehm. So angenehm wie Hansos Error ins Knie. Ja. Du warst mal auch ein Adventurer, ne? Ich war einer. Da hab ich einen Pfeiler ins Knie bekommen. No! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. der priester ist jetzt getötet oh mein gott ich lasse die widow mecker einfach nicht in ruhe wo sie eigentlich dass hier dumm fürs hand transportiert wird ja ich dachte gerade alter dass er transportiert wird vom blizzard hq hier in overwatch weiß ich war gerade so hä what the fack stirbt girly girly girl no my my ape is gonna die my ape got no brain ich bin wieder da für dich weiß ich kann ich hab sie verloren sie ist die priester ist abgehauen wie jeder wird gebrenzlig wird er ist hochgesprungen hat mit seiner richtigen die ganze zeit um will der mecker hallo ich hab nichts anderes immer soweit ich das höre komme ich hin dann zeigst du wie glücklich du sein kannst ja ich glaube hier gerade aber affen stark wo ist eigentlich der wagen aber der ist da hinten ja halleluja ich bin tot wenn ich den wagen besiegt habe bin ich tot fuck nie weiß ich dazu ach der hat sicherlich in eine andere richtung geschossen der trifft mich schon nicht gut aah mercy oh shit oh shit oh fuck was sind denn immer alle ey ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich hab dich gehealt um den tot weil ich dachte oh da sind unsere kollegen und geht genau in das haus rein wo die war in widow maker drin sind guck nicht nach hinten guck nicht nach hinten guck nicht nach hinten du hast wie kann er sein grommasch wie konntest du nur lockdal du hast zähl Keine Ehre, du hast mich einfach weggesnipert, ohne das one on one. Du hast dich durch die Tracer durchgeschossen. Das lassen wir mal so kratzisch aus. Ich hab nebenbei Ulti, also wenn wir so nen richtig krassen Push machen, kaste ich einfach meine Ulti. Niemand schippt immer den Wagen, Alter, wir kennen die alle. Wo bist du? Bin immer bei den Gegnern, ich töte immer Willowmaker. Die liebt mich richtig, förmlich. Äh, glaub ich. Das wird uns beschützen. Ach nee. Not today, girl. Not today. Halleluja, komm zu mir. Warum, warum hab ich den Power abgekriegt? Weil du Damage machst. Nicht mit mir. Kann mich nicht bewegen. Ich wurde von Roadhog durch D-Bug gehookt. What the fuck is wrong, Alter? Till Valhalla. Der Priester wird belästigt. Der Priester kriegt alles zurück, was er je getan hat. Ahnungslosen Leuten nen Headshot geben, das ist nicht akzeptabel. Alles Gute kommt von oben. Kommt der Affe vom Mond. Alle sind tot? Oh, da muss man warten. Ja. Bei mir sammeln. Kali, Great Kali, du kriegst meine Heilbälle. Let's go. Let's go. Das war's nicht, Alter. Messi, 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 Messi. Ich hab Ulti. Das müsstet ihr jetzt eigentlich... Ich war schon tot, als das kam. Ich weiß. Nein! Töte Ferdi, Messi! Ohlalalalalala! Macht es, Ferdi, ihr schafft das! Oh, hell no! Jetzt kommt wieder so ein langer Lulatsch-Drache. Kali! Nein! Kali! Wingski! 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 Rise against the Machine! Ihr kennt doch das Gesetz! Seid ihr alle tot? Ja. Hätt nicht mal reinjumpen müssen. Bitte bei mir sammeln, letzter Push. Äh, Tracer, du musst da jetzt nicht unbedingt sterben. Okay, sie ist tot. Oder auch nicht. Ich würde dir echt gerne helfen, aber es geht nicht. Diva! Zerrecke! No, 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 no. Ich hasse es. Alter, was ist das für ein Match? Es ist so ein Chaos. Krass! Nein! Nein! Ich bin tot! Nein! 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 Was für ein knappes Match! Nein! Konntest du nicht länger auf! Well, I say GG, well played! Krieg ich noch hier einen? Ja, das Ranket hätte man gewonnen! Ha ha! Heck low! Oh no! Hab ich wenigstens ein Highlight? Nein! Soll ich... Schreiben wir so pre-smallest mit? Oh! Oh! Ja! Jetzt genießt das Highlight hier von Valhalla! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder! Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss Sikowski! Oha! Adios Amigo!